Und weiterfahren! Von X08, 88 die Zeit für Zoe Hübenet. The time for Zoe Hübenet. One minute. 8.88 Und die Zeit für Philipp König. Eine fantastische Zeit. 35, 94. Und mit der Startnummer 264 gestartet. Elec Johnson, from Great Britain. 6, 6 years old. So Elec Johnson, schon im Steilhang. Und gestartet auf die Startnummer 265, Paul Pohl aus Deutschland. 4 Jahre jung. So Elec Johnson, to the finish line. The time for Zoe. 9, 5, UNLESSAL 2, 305, 1,5 km. 2, 305, 3, 307, 5, 305, Ich weiß, ich weiß, dass du da war! Untertitelung des ZDF, 2020